Heute gibt es eine Frage. Dieses Jahr können alle Registered Voters von der Heim und da muss man einen Absentee Ballot stellen. Was stellt ihr das Fahrdienst bei der Schleswig-Huhr? Oktober 27. Wie ist die Votung? Es gibt keine Mission, wo sie erhält, wo sie gebrochen sind. Was stellt ihr Absentee Ballot schneller? Seid gebäncht in Nummern von Democracy NYC Civic Engagement Commission.